Falls du überlegst, Sport zu studieren, dich interessiert, wie ein Sportstudium aufgebaut ist oder du einfach wissen möchtest, was für Kompetenzen man von einem Sportwissenschaftler erwarten kann, dann ist das Video genau das Richtige für dich. Hallo, mein Name ist Arim Gablitsa. Cool, dass du eingeschaltet hast und dich interessiert, wie so ein Sportstudium überhaupt aussieht. Vorab sollte dir klar sein, dass dieses Video nur ein grober Überblick über das Sportstudium darbieten soll, da ich nicht über jedes Fach und jede Vorlesung, jedes Seminar einen ausführlichen Überblick über die Inhalte geben kann. Ich werde mich beispielhaft an den Bachelor of Science an der Ruhr-Universität in Bochum ranhangeln, einfach aus dem Grund, da ich ihn selber dort absolviert habe vor einigen Jahren und aus Erfahrungswerten sprechen kann. Studiengänge an anderen Unis können sich unterscheiden, werden wahrscheinlich aber im Kern recht ähnlich sein. Auf Masterstudiengänge werde ich nicht eingehen, da diese sich zu sehr unterscheiden. Gut, legen wir los. Also, bevor du das Sportstudium überhaupt antreten darfst, gibt es zwei Voraussetzungen, die du erfüllen musst. Zum einen brauchst du das Abitur, zum zweiten musst du einen Eignungstest für das Sportstudium bestehen. An der Ruhr-Universität in Bochum ist es so, dass dieser Test sowohl an der Sporthochschule Köln anerkannt wird, als auch der Test von der Sporthochschule Köln auch in Bochum anerkannt wird. Die Tests werden vier Monate vor Semesterbeginn durchgeführt und die Anmeldung dafür ist wiederum zwei bis vier Monate vor dem Test möglich. Lass mich dir ein Beispiel geben. Möchtest du am 05.06.2020 an dem Test teilnehmen, kannst du dich zwischen dem 17.02. und 17.04. für diesen Test anmelden. Das Abitur brauchst du für den Test noch nicht, allerdings wirst du eine ärztliche Bescheinigung einreichen müssen, die dir erlaubt, diesen Test zu absolvieren. Die Teilnahme an dem Test kostet 60 Euro, die kriegst du allerdings zurück, sobald du den Test bestanden hast. Soviel zum Organisatorischen. Was wird in diesem Eignungstest von einem verlangt? Nun ja, man wird in den Sportarten Schwimmen, Leichtathletik, Gerätetouren, einer Mannschaftssportart, als auch einer Rückschlagsportart getestet. Die Anforderungen für die jeweilige Sportart habe ich euch gerade eben kurz hier eingeblendet. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne zurückspulen und auf Pause drücken und durch diese in Ruhe durchlesen. Ich habe euch bewusst für die Mannschaftssportspiele, als auch für die Rückschlagsportspiele, keine Sportart und keine Leistungsanforderungen eingeblendet. Einfach, weil ihr in dem Test euch die Sportart selber aussucht und da ich nicht weiß, welche ihr präferiert, würde ich euch empfehlen, auf der Homepage oder im Internet selber nachzulesen. Über den ganzen Eignungstest hinweg dürft ihr euch ein Defizit erlauben. Also eine Teildisziplin nicht bestehen. Ausnahme ist der Ausdauertest, den müsst ihr bestehen, der ist also verpflichtend. Besteht ihr diesen nicht, habt ihr auch den Eignungstest nicht bestanden. Die Anforderungen während des Eignungstests würden im Studium ausreichen, um eine 4,0 als Note zu erreichen. Also gerade mal so bestanden. Kommen wir nun zum Aufbau des Studiums. Das Studium baut sich auf verschiedene Modulen auf. Jedes Modul kann aus verschiedenen Seminaren, Vorlesungen oder auch praktischen Fächern bestehen. Das Grundstudium besteht aus 9 Modulen, die also jeder Student absolvieren muss. Lehramts Studenten machen eine abgespeckte Version des Grundstudiums. Lasst uns die 9 Grundmodule doch einmal gemeinsam durchgehen. Das erste Modul sind die Grundlagen der Sportwissenschaft. Diese beinhalten drei Veranstaltungen. Auch wenn ihr vier Punkte hier seht, kann ich euch sagen, die Praxisstudien sind in den Seminaren für Berufsweltorientierung inkludiert. Das Seminar Einführung in die Sportwissenschaft dient euch einfach als Hilfe, um in das Studium reinzukommen. Berufsweltorientierung soll euch helfen, später einen Schwerpunkt zu wählen, als auch euch zu informieren, in welche Richtung es beruflich für euch denn gehen könnte. Ist außerdem auch ganz hilfreich, wenn ihr auf Partys gefragt werdet, was man mit so einem Sportstuhl überhaupt machen kann. Methodenlehre 1 und 2, bestehend aus einer Vorlesung und einem Seminar, sind im Prinzip für andere Studiengänge sowas wie Statistik. Hier lernt ihr das Handwerkszeug eines Wissenschaftlers. Beschäftigt euch also zum Beispiel mit Signifikanzen, wie man eine Studie aufbaut, plant, durchführt, auswertet und all so eurchen Sachen. Kleines Side-Note, die Punkte, die ihr rechts seht, die Credit Points CP, geben euch einen Indiz dafür, mit wie viel Aufwand dieses Seminar zu absolvieren ist. Modul 2 bis 4 sind praktische Module. Wobei ihr auch in den praktischen Fächern eine Klausur zu schreiben habt und die zu 50% in die Note für das Fach mit einfließt. Und zu anderen 50% zählt eure praktische Leistung. Aus Modul 2 dürft ihr euch drei Veranstaltungen aussuchen, wobei die Veranstaltung Schwimmen als Pflicht zählt und ihr diese absolvieren müsst. Neben Schwimmen habt ihr noch die Wahl zwischen Gerätetouren, Tanzen oder Leichtathletik. In Modul 3 sind es wieder drei Veranstaltungen, die ihr absolvieren müsst. Diesmal habt ihr die Wahl zwischen Mannschafts- und Rückschlagssportarten. Dabei ist euch selbst überlassen, ob ihr lieber zwei Mannschaftssportarten oder zwei Rückschlagssportarten machen möchtet. Modul 4 läuft unter Grundlagen des Natursports und weitere Bewegungsfelder. Hier gibt jede Sportart unterschiedlich viele Credit Points. Ihr müsst euch zwei bis vier Veranstaltungen aussuchen, womit ihr dann am Ende die geforderte Credit Points-Zahl am Ende erreicht. Das Angebot hier ist recht groß und variiert. Ob ihr nun Tauchen nehmt, Skifahren, Trampolin springen. Ein weiterer interessanter Punkt ist, dass Tanzen sowohl für Modul 2 als auch für Modul 4 zählen kann. Das könnte eventuell dem einen oder anderen zunutze werden. Modul 5 ist ein theoretisches Modul, bestehend aus der Sportmedizin als Vorlesung, als auch einem Vertiefungsseminar. Modul 6, 7 und 8 sind alle drei recht ähnlich aufgebaut. Modul 6 besteht aus der Vorlesung für Bewegungswissenschaft, Trainingswissenschaft und einem Vertiefungsseminar von einem der beiden Vorlesungen, die ihr dann da besucht habt. Ähnlich sieht es beim Modul 7 aus, nur mit Sportgeschichte und Sportsoziologie. Und beim Modul 8 Sportpädagogik, Sportdidaktik, Sportpsychologie und wieder ein Vertiefungsseminar. Modul 9 ist wieder etwas Interessantes, denn im Modul 9 dürft ihr euch euer Spezialfach auswählen. Das bedeutet, ihr sucht euch eine Sportart aus, die ihr in den Modulen 2, 3 und 4 bereits absolviert habt und könnt dort eure Kompetenzen nochmal vertiefen, indem ihr das zwei weitere Semester belegt. Neben den Grundmodulen gibt es ein Modul, was alle Studiengänge an der Ruhr-Universität gemeinsam haben, denn jeder Student an der Ruhr-Uni muss einen Optionalbereich absolvieren. Was ist ein Optionalbereich? Im Optionalbereich sollt ihr in fachfremden Bereichen euch nochmal Kompetenzen aneignen und euch die Credit Points dafür anrechnen lassen. Dafür werden verschiedene Veranstaltungen an der Ruhr-Uni angeboten, ob es eine Fremdsprache ist, ob es ein Fotokurs ist oder ob es ein Ausflug ist, eine Exkursion. Da ist die Uni sehr flexibel und sehr kreativ und für die meisten ist etwas Interessantes dabei. Ihr kriegt zwar Noten für die absolvierten Veranstaltungen im Optionalbereich, diese spielen aber für eure Abschlussnote überhaupt keine Rolle, werden also nicht mit einbezogen. Sobald man den größten Teil des Grundstudiums absolviert hat, darf man seinen Schwerpunkt wählen. Zu meiner Zeit gab es noch drei Schwerpunkte. Aktuell habe ich mitbekommen, dass es sogar vier sind. Zur Wahl stehen euch dabei Training und Diagnostik, Sportmanagement, Freizeit, Trend und Gesundheitssport, als auch Prävention und Rehabilitation. Lasst mich kurz auf jeden Schwerpunkt genauer eingehen. Im Schwerpunkt Freizeit, Trend und Gesundheitssport gibt es fünf weitere Module, die ihr zu absolvieren habt. In Modul 10 beschäftigt ihr euch mit gesellschaftlichen Aspekten von Sport und Bewegung. In Modul 11 mit Marketing im Sport. Modul 12 sind berufsfeldorientierte Anwendungsfelder. Modul 13 sind adressatenspezifische Sport- und Bewegungsangebote. In Modul 14 sind adressatenspezifische Lehr- und Trainingspraxis. Und Modul 15 sind Forschungsmethoden und Projektmanagement. Als nächstes Prävention und Rehabilitation. Hier gibt es sechs Module, die zusätzlich zu absolvieren sind, wobei im Großen und Ganzen ihr insgesamt auf die gleiche Anzahl an Credit Points kommt, damit der Aufwand auch gleich ist für jeden Schwerpunkt. Modul 10 besteht hier aus Gesundheits- und Leistungssport in der Gesellschaft. Modul 11 sind Aspekte der Sportmedizin, Trainingswissenschaft und Bewegungswissenschaft. Modul 12 sind medizinische Grundlagen. Modul 13 ist die Sporternährung. Modul 14 ist die Prävention und Sporttherapie in verschiedenen Anwendungsfeldern. Modul 14 sind adressatenorientierte Bewegungsangebote. Modul 16 die adressatenspezifische Lehrpraxis. Kommen wir nun zum Schwerpunkt Sportmanagement. Sportmanagement ist auch der Schwerpunkt, den ich damals gewählt habe. Sportmanagement besteht aus den Modulen ökonomische Grundlagen, Marketing, betriebswirtschaftliche Grundlagen, Finanzierung und Recht, angewandtes Sportmanagement und Forschungsmethoden und Projektmanagement. Last but not least der Schwerpunkt Training und Diagnostik, der jetzt neu dazugekommen ist. Zumindest als ich studiert habe, gab es diesen Schwerpunkt noch nicht. Der Schwerpunkt Training und Diagnostik besteht aus Gesundheits- und Leistungssport in der Gesellschaft, Motorisches Lernen, Trainieren und Adaptieren, Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung, Training in der Lebensspanne, Trainings- und Wettkampfsbegleitende Maßnahmen und Methoden in Theorie und Praxis. Zu den Schwerpunkten habe ich noch eine Sache, die ich gerne loswerden will. Und zwar bestimmt der Schwerpunkt nicht, wo ihr am Ende auch arbeiten dürft. An meinem Beispiel, ich habe Sportmanagement als Schwerpunkt gewählt, habe aber selber als Fitnesstrainer gearbeitet drei Jahre lang. Es kann nur sein, dass wenn ihr nach dem Studium in einem Beruf landet, der in einem anderen Schwerpunkt ist, als ihr im Studium gewählt habt, ihr euch Kompetenzen selbstständig nochmal aneignen müsst. Bei einigen Berufen sind gewisse Scheine notwendig, die ihr nachholen müsst. In anderen reicht es, wenn ihr euch selber schlau macht, recherchiert, Online-Kurse besucht, Bücher liest und einfach selber ein großes Interesse an diesem Fach hat. Ich habe beispielsweise einen Trainerschein gemacht, hatte aber auch selber Interesse an dem Fitnesssport und habe viel über YouTube gelernt und auch selber mir ein bisschen was angelesen anwissen. Nun fehlen noch zwei Punkte, um das Sportstudium komplett zu machen. Zum einen ist es das Praktikum. Das Praktikum hat eine Mindestlaufzeit von acht Wochen und soll einen Umfang von 280 Stunden haben. Das entspricht einer Wochenarbeitsstundenzahl von 35. Ihr dürft aber auch gerne länger als acht Wochen Praktikum machen. Ich selber habe ein Praktikum von sechs Monaten gemacht in München, einfach weil sich dort die Gelegenheit ergeben hat, dass ich mit dem Schwerpunkt Sportmanagement und meinem Fitnesshintergrund dort ein Praktikum bei einer Unternehmensberatung machen konnte, die ausschließlich im Fitnesssektor berät. Um es kurz zu sagen, in der Regel sind Halbjahrespraktika inhaltlich deutlich interessanter als acht Wochen Praktika. Ihr könnt dort auch viel mehr lernen. Und zum Schluss kommt natürlich die Bachelorarbeit. Die Bachelorarbeit soll einen reinen Textumfang von circa 30 Seiten haben, bedeutet, Grafiken und Verzeichnisse sind nicht inkludiert. Und die Bearbeitungszeit für eure Bachelorarbeit beträgt acht Wochen. Wobei, die meisten werden euch empfehlen, euch erstmal einzuarbeiten, vorzuarbeiten und erst, wenn ihr das Gefühl habt, ihr kriegt die Bachelorarbeit auch gut hin in den acht Wochen, dann diese erst anzumelden. Das solltet ihr aber individuell, je nachdem bei welchem Dozenten ihr schreibt, mit ihm oder ihr absprechen. Dann habe ich noch ein, zwei Sachen, die eher von allgemeiner Natur sind, die für einige vielleicht selbstverständlich sind. Ich aber nochmal hier aufgreifen möchte, die Module, die wir durchgegangen sind, müssen nicht in numerischer Reihenfolge abgearbeitet werden. Ihr solltet diese Module parallel zueinander abarbeiten. Empfehlen kann ich euch auch, nicht alle Sportarten auf einmal zu machen und euch nicht zu viele auf ein Semester zu legen, da es sonst körperlich ganz schön an eure Grenzen gehen wird. Den Stundenplan erstellt ihr euch für euer Studium selber. Das heißt, in jedem Semester meldet ihr euch selbstständig für die Vorlesungen und die Seminare an, die ihr in diesem Semester absolvieren wollt. So, das Video ist zu Ende. Für die, die noch nicht eingeschlafen sind, die dürfen gerne einen Daumen nach oben da lassen, mir Fragen oder Anregungen in die Kommentare schreiben oder mir gerne auch auf Instagram folgen. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!